Hallo und herzlich willkommen zu Berlin Live am Mikrofon Armin Siebert. Es ist mir eine besondere Ehre, heute zum Studiointerview Herrn Matthias Platzeck begrüßen zu dürfen. Die meisten kennen ihn sicher als ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg, aber inzwischen ist er Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Guten Abend, Herr Platzeck. Grüße, Herr Siebert. Herr Platzeck, gerade ist in Leipzig der Petersburger Dialog zu Ende gegangen. Waren Sie da? Ja, ich war da. Ich bin ja im Lenkungsausschuss und war deshalb auch da. Es war ein interessanter Tag, war vielschichtig, war nicht ohne Spannung, was Normales, aber doch am Ende so, dass, glaube ich, alle heute weggefahren sind aus Leipzig und gesagt haben, es war auch eine Bereicherung, es war gut besucht. Aber früher waren es zweieinhalb Tage. Ich meine, es ist schon ein Zeichen, dass jetzt das vielleicht nicht mehr so wichtig genommen wird. Also ich glaube nicht, dass es nicht wichtig genommen wird. Man hat ja gesehen, dass selbst für diesen einen Tag sehr viele Menschen angereist sind, aus Deutschland und auch aus Russland. Aber es war natürlich, normalerweise findet der Petersburger Dialog parallel zu den Regierungskonsultationen statt. Die abgesagt wurden. Die abgesagt wurden und dem wurde Rechnung getragen, sage ich mal. Und von daher war das kein voller Petersburger Dialog, sondern, wenn Sie so wollen, eine erweiterte Sitzung der Lenkungsausschüsse mit Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen. Und ich schließe nicht aus, dass ein richtiger, der dann 14. Petersburger Dialog sich in diesem Jahr noch irgendwann organisieren lässt. Gibt es da schon Pläne? Weil manche sagen, das hat keine Zukunft. Also das glaube ich nicht. Wissen Sie, das gilt für den Petersburger Dialog wie für das Deutsch-Russische Forum. Wann, wenn nicht in Krisenzeiten, wann, wenn nicht in Zeiten politischer Hochspannung, sind solche Dialogforen, solche Möglichkeiten des Austauschs, des Brückenbaus, des Miteinanderstreitens und Redens, vielleicht auch Verstehens, wann sind die denn sinnvoll? Dann, wenn es schwierig ist auf anderen Ebenen. Also ich sage mal, wenn alles easy wäre, wenn es überall läuft, dann könnte man sagen, naja, läuft doch alles bestens. Aber dass wir solche Foren noch haben und dass diese Foren glücklicherweise auch in solchen Zeiten funktionieren, ich glaube, das ist sehr, sehr viel wert und deshalb sollten wir das auch hegen und pflegen. Sie sind ja erst seit einigen Wochen dabei, haben also vielleicht nicht den direkten, unbedingt einen Vergleich. Aber was sagen Ihre Kollegen? Wie hat sich die Kommunikation mit den russischen Kollegen seit Beginn der Krise geändert? Also ich bin ja nun über viele Jahre, wenn auch in anderen Verpflichtungen, Ämtern, oft in Russland gewesen. Wir haben als Brandenburg etliche russische Partnerregionen und da merkt man im Moment schon, dass das Klima ein Stück komplizierter geworden ist, überhaupt keine Frage. Und man stellt sich gegenseitig mehr Fragen und es ist auch so, dass großer Erklärungsbedarf da ist. Und auch das finde ich in solchen Zeiten nicht unnormal. Es gibt manchmal, wir hatten, ich war jetzt in den letzten Monaten öfter drüben, es gab auch Gesprächssituationen, wo man dachte, na hallo, dann geht es jetzt nicht weiter. Aber wir haben immer Wege und Möglichkeiten gefunden. Das ist auch eine Frage des gegenseitigen Respekts bei allen unterschiedlichen Meinungen. Und es ist auch eine Frage, dass ich glaube, wir sollten nie aufhören, auch wenn wir manches nicht akzeptieren, aber nie aufhören zu verstehen, warum handelt der andere so? Wie ist das Bedingungsgefüge? Und deshalb bleibe ich dabei, jedes gesprochene Wort, jeder Satz, jedes Gespräch, was geführt wurde, ist hundertmal besser als irgendeine Drohung mit militärischen oder sonstigen Maßnahmen. Aber ich habe selbst von Kollegen von Ihnen vom Deutsch-Russischen Forum gehört, dass Sie bei Kollegen aus Russland, die Sie seit 20 Jahren kennen, plötzlich verblüfft sind und die nicht mehr verstehen. Auch bei der Intelligenz ja gibt es einen Bruch. Die Hälfte für Putin, die Hälfte dagegen. Wie ist Ihr Eindruck? Können Sie den Standpunkt Ihrer russischen Kollegen nachvollziehen? Mein Eindruck ist ein bisschen anders, wenn Sie sagen Hälfte dafür, Hälfte dagegen. Ich habe eher den Eindruck, dass im Moment der Präsident, also Putin, deutlich besser dasteht als noch vor einem halben Jahr. Da gab es sehr viel kritische Äußerungen, da gab es sehr differenzierte Meinungen, da gab es Dinge, die ja auch durchaus große Relevanz haben. Die Modernisierung der Wirtschaft geht nicht richtig weiter, die Entwicklung des Mittelstandes stagniert und, und, und. Ich habe jetzt den Eindruck, dass in den letzten Wochen sich die Reihen eher geschlossen haben und dass man mehr zum Präsidenten steht, als das, gerade weil Sie sagen, in der Intelligenz ja und anderswo bei Kulturleuten, habe ich den Eindruck, da ist es eher ein umgekehrter Prozess. Das macht das Gespräch nicht immer einfacher, keine Frage. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass solche Plattformen wie der Petersburger Dialog oder auch das Deutsch-Russische Forum den deutschen Teilnehmern etwas mehr am Herzen liegen als den Russen. Täuscht das? Kann ich nicht teilen. Also ich sage nochmal, wenn gestern für ja nun nicht so lange Zeit so viele Kollegen aus Russland anreisen extra, und das ist ja nur keine ganz kurze Reise, dann zeigt das eigentlich, dass man erheblichen Wert auf solche Foren legt. Und wenn ich die Veranstaltungen, die ich in den letzten Wochen wahrgenommen habe, ob die Zukunftswerkstatt, ob der politische Dialog des Petersburger Dialogs, wenn ich das alles resümiere, muss ich schon sagen, der Besuch war überall sehr gut. Also gibt es ein erhebliches Interesse und ich habe eher den Eindruck, dass das nicht ab, sondern zugenommen hat. Sie sind ja nun jetzt bei Stimme Russlands zu Gast, heute Abend noch im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Zurzeit zieht ja so ein bisschen wie ein Hauch von Kalten Krieg auf. Überall vermutet man Spione. Wie ist das so? Also auch im Petersburger Dialog und im Deutsch-Russischen Forum wird man kritisiert für Leute wie Michael Sasse oder Alexander Rahr im Vorstand. Gestern noch Freund, heute Feind? Also weil Sie Alexander Rahr sagen, ich halte ihn für einen exzellenten Kenner der Szene, für einen ausgewogenen Fachmann, für einen, der wirklich hinter die Kulissen schaut und politische Geflechte nicht nur durchschaut, sondern auch sehr gut erklären kann und das bildhaft auch so, dass, sage ich mal, der Normalbürger damit auch was anfangen kann, das rüberbringen kann. Also ich schätze ihn über die Maßen. Es ist schade, auch in einer deutschen Medienlandschaft, dass manches inzwischen doch eine erhebliche Plattheit erreicht hat. Wenn ich so an mancher Wochenendartikel jetzt gerade des vergangenen Wochenendes denke, ich finde, das hat der deutsche Leser und die Leserinnen nicht verdient, auf die Art behandelt zu werden und mancher Zeitungen würde ich dann auch ein bisschen mehr Tiefgang ihrer Journalisten wünschen. Wir haben derzeit zu verzeichnen, dass für manche die Welt wieder sehr vereinfacht sich darstellt und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass das manche gerne annehmen. Man musste bis dato differenzieren, man musste schwierige Schichten aufblättern, um hinter das Wesen der Dinge zu kommen. Jetzt kann man wieder sagen, das Gute wohnt da, das Böse wohnt da, ich muss da gar nicht mehr viel recherchieren. Die Lage ist relativ klar. Das ist schade. Das hätte ich auch vor ein paar Monaten nicht gedacht, dass es so kommt. Aber wir haben es zu verzeichnen. Ich glaube, wir sollten bei allen Schwierigkeiten und bei allem, mit denen wir nicht einverstanden sind, und ich denke aus guten Gründen, trotzdem Nüchternheit bewahren, Sachlichkeit bewahren und immer und immer wieder versuchen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was passiert hier eigentlich im Moment. Und auch nie die Frage stellen, warum passiert das. Weil man wird erst zu wirklichen Ratschlüssen kommen, wenn man auch das Bedingungsgefüge des anderen ergründet hat. Weil Sie sagen, es herrschen Plattheiten und Schwarz-Weiß-Denken in den Medien vor. Sind Sie da selbst auch vorsichtiger? Weil man hantiert ja mit solchen Unwörtern wie Russland-Versteher und wird da schnell in eine Schublade gedrückt. Also ich entdecke anderes. So bei mir, man ist ja auch nur ein normaler Mensch. Also ich sehe vieles, was in der russischen Administration und auch vom Präsidenten selber initiiert, in den letzten Jahren passiert, ist sehr kritisch. Also ich sage mal, der Umgang mit den NGOs ist etwas, was mir nicht nur fremd ist, sondern was ich auch für schädlich halte. Weil ich habe immer wahrgenommen, dass auch in Russland ein Interesse besteht, Zivilgesellschaft sich entfalten zu lassen. Das, was da an Gesetzgebung passiert ist, ist eher bestens dazu geeignet, zivilgesellschaftliche Entfaltung zu bremsen. Oder wenn ich an das Thema, wie es in Russland genannt wird, traditionelle sexuelle Beziehungen denke und alles, was sich da an Gesetzeswerken rankt. Nun kann man das Gesetz hernehmen und sagen, so schlimm ist es nicht. Mag sein. Es verleitet aber durchaus dazu, wenn man da erstmal den kleinen Finger gereicht hat, die ganze Hand zu nehmen und Menschen in Ecken zu drängen, in die sie nun wahrlich nicht gehören. Das sind alles Dinge, die ich selber auch überhaupt nicht in Ordnung finde und verurteile. Aber wenn ich sage, ich entdecke was an mir, dann, wenn ich, weil ich so einen Mainstream wahrnehme, so einen antirussischen Mainstream, bin ich plötzlich eher geneigt, nicht nur zu verstehen, sondern auch manches zu erklären und zu verteidigen. Weil ich habe so, ich bin ja 35 Jahre in der DDR groß geworden und habe eine absolute Aversion dagegen, wenn mir irgendeine Meinung verordnet wird, wenn Fragestellungen zu einfach wären. Wenn man also in der DDR war, so das Synonym für diese Plattheiten, bist du für den Frieden oder bist du gegen den Frieden? Und mehr wurde gar nicht gefragt. Und an manchen Tagen erlebe ich sowas natürlich in anderer Form inzwischen auch wieder. Und deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass wir wieder zu einem Diskussionsstil, zu einer Debattenform zurückfinden, die einfach nicht zu flach ist. Wir reden die ganze Zeit nur von Russland, ist ja auch logisch bei Ihrer Funktion im Deutsch-Russischen Forum. Auch die Welt unterteilt mehr einen Konflikt zwischen Westen und Russland. Aber eigentlich geht es doch um die Ukraine. Sind nicht die Ursachen für diesen Konflikt eher dort zu suchen und auch zu beheben? Ich glaube sogar, dass meine, ich hatte große Hoffnungen, zweimal schon. Ich hatte am 21. Februar, als Steinmeier, Fabius und Tchigorski in Kiew war, und was ich übrigens nach wie vor eine sehr mutige Handlung finde, die ja auch mit einem eigentlich tragfähigen Vertragswerk geendet ist, der leider schon wenige Stunden danach zur Makulatur wurde. Da hatte ich Hoffnung und jetzt nach Genf hatte ich wieder Hoffnung. Aber ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass zur Umsetzung von Verträgen gehört ja auch immer ein Stück funktionierende Staatlichkeit. Die scheint in dem Maße in der Ukraine, der Prozess ist vielschichtig und langwierig, nicht gegeben zu sein im Moment. Vielleicht werden wir rauskommen, nur von draußen muss begleitet werden, keine Frage. Aber wenn Ukrainer selber sich an einem großen runden Tisch zusammenfinden und nach Lösungen suchen. Ich meine, es gibt Beispiele, als Polen 1989 im Sommer in einer höchst schwierigen Situation war, gab es ja die Erfindung praktisch des runden Tisches, was am Ende in konditionierten Wahlen geendet ist, die das Land vermocht haben, zu stabilisieren. Ich selber war Mitglied des zentralen runden Tisches in der DDR, als dort auch das Land am Zerfallen war und fast unregierbar auch wurde. Also nun wiederholt sich Geschichte nicht und Vergleiche hinken immer. Aber ich habe den festen Eindruck, dass der Impuls eigentlich aus der Ukraine kommen muss. Und sowohl die Europäische Union als auch die Russen, als auch Amerika müssen höchst vernünftig und höchst verantwortungsvoll diesen Prozess flankieren. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir ihn wirklich gestalten können. Sie reden bereits von politischer Stabilisierung, aber im Moment gibt es akutere Probleme. Gerade sind die ukrainischen Streitkräfte gegen Separatisten in Sloviansk vorgerückt. Ist das der richtige Schritt, wie die Ukraine im Moment agieren sollte auf diese Separatistenbewegung oder diese Unabhängigkeitsbestrebungen? Ich kann es nicht von hier aus hundertprozentig einschätzen. Aber diese Separatistenbestrebungen und auch wenn ich ukrainische Menschen aus dem Osten der Ukraine höre, die sagen, bis vor kurzem waren sie auch dagegen, Russland angeschlossen zu werden, aber sie haben in den letzten Monaten wahrgenommen, dass man sich um sie nicht kümmert, dass man sie nicht ernst nimmt, dass man ihre sprachlichen, kulturellen und ethnischen Besonderheiten nicht ernst nimmt, dass man russische Programme abschaltet im Fernsehen und, und, und. Und dass sie plötzlich umdenken. Das heißt, ich will damit sagen, ob militärische Aktionen das Problem lösen, wenn man nicht die Ursachen wirklich bekämpft und wenn man nicht das sichere Gefühl gibt für die Ukraine, auch in der Ostukraine, ihr gehört dazu und ihr seid mit euren Rechten und Möglichkeiten genauso werthaltig und wertvoll wie alle anderen Regionen auch, dann könnte das mit dem Militär sehr kurzatmig sein und zu einer anderen Reaktion führen, nämlich, dass man dann endgültig in der Ostukraine sagt, na danke, wenn das die einzige Reaktionsmöglichkeit ist, dann wollen wir was anderes. Also würden Sie sagen, die ukrainische derzeitige Interimsregierung agiert relativ kopflos im Moment und überhitzt sozusagen? Wissen Sie, ich möchte nicht in der Rolle derer stecken, die da jetzt in Kiew Verantwortung tragen. Das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Aber man kommt nicht umhin, wenn man die Handlungen der letzten Wochen mal von ihren Wirkungen her ansieht, dann ist das Wort unglücklich wohl das zahmste und das vorsichtigste Wort, was man da anwenden kann. Es ist viel Porzellan zerschlagen worden. Im deutsch-russischen Forum vertreten Sie natürlich den Dialog mit Russland, aber beim Ukraine-Konflikt, wer sollte welche Schritte denn im Moment forcieren? Von Seiten der EU, von Seiten Russlands, von Seiten der NATO und von der Ukraine selbst aus? Also wir haben gestern im Petersburger Dialog ja lange auch diese Frage diskutiert und haben ja uns auch auf dem Papier, der Vorstand der deutschen Seite des Dialoges uns auf dem Papier verständigt, in dem, sage ich mal, die Kernforderung ist, dass das Genfer Abkommen schlicht und ergreifend ernst genommen und umgesetzt werden muss. In diesem Abkommen steht alles Wesentliche, was zuerst mal zur ersten Stabilisierung der Situation dienen kann, letztlich drin. Und ich glaube, einer der Hauptpunkte ist, dass man anerkennt, dass auch für das gesamte Gebiet der Ukraine ein Zustand herzustellen ist, der Staatlichkeit überhaupt erst wieder ermöglicht. Das heißt, Entwaffnung aller illegal Bewaffneten, und zwar gilt das nicht nur für die Ostukraine, sondern für das gesamte Gebiet der Ukraine, und Räumung aller illegal besetzten Gebäude und Plätze. Und das ist Gegenstand dieser Vereinbarung. Dem hat ja auch Russland zugestimmt. Genau, dem hat Lavrov zugestimmt, dem haben aber auch alle anderen zugestimmt. Und auch der ukrainische Außenminister hat dem zugestimmt. Und nun wäre es einfach gut, weil es nützt ja nicht, noch drei Verträge auszuhandeln, wenn am Ende das Ergebnis ist, dass nichts davon umgesetzt wird. Man hat hier eine belastbare Grundlage und sollte die jetzt einfach ausfüllen. Wie sollte die NATO sich verhalten? Wie sollte die USA sich verhalten? Also ich würde mir einfach generell von beiden Seiten wünschen. Ich würde mir das von den Russen wünschen. Ich finde es nicht gut, was der Außenminister Lavrov in den letzten zwei, drei Tagen auch verbaler Aufrüstung betrieben hat mit dieser Drohung. Dann müssen wir ihm eventuell Truppen schicken. Schon der Satz alleine müssen wir eventuell. Und genauso finde ich es nicht glücklich, wenn Herr Rasmussen, der NATO-Generalsekretär, in jeder Rede nochmal versucht, ein Stück Öl ins Feuer zu gießen. Also wir sollten auch sprachlich, wir leben in einer Mediengesellschaft, da sind auch gesprochene Sätze. Waffen. Waffen ist vielleicht aber knapp drunter, sage ich mal. Und da sollten wir mit jedem Wort und jedem Satz auch zur Deeskalation beitragen und nicht umgekehrt. In Deutschland wird immer stärker eine Führungsrolle zugeschrieben, zumindest innerhalb der EU, wenn nicht sogar weltweit. Wie könnte sich Deutschland noch stärker einbringen in die Konfliktlösung? Also ich finde es erstmal gut, dass sowohl die Kanzlerin, insbesondere aber der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier in den letzten Wochen ja alles versucht haben, um einer vernünftigen, nüchternen Sicht Raum zu geben, alles zu tun, um möglichst nicht immer die nächste Eskalationsstufe schon im Kopf zu haben, sondern den Weg, wie man zur Deeskalation kommen kann. Also keine Einbahnstraßenpolitik betreiben, sondern immer sehen, dass überall Ausfahrten auch geöffnet werden, um wieder runter zu kommen, um wieder zurück zu kommen. Und da ist ja der deutsche Außenminister einer der aktivsten in den letzten Wochen gewesen. Und ich glaube, dass Genf zustande gekommen ist, hat auch viel mit seinem Wirken zu tun. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, es müssen praktische Schritte folgen. Sonst entwertet sich jede diplomatische Bemühung. Wenn am Ende das Ergebnis ist, dass es noch militärischer wird, dass es noch konfliktgeladener wird, dass es am Ende noch weitere Tote gibt, dann ist das irgendwas, wo auch, sage ich mal, ringsherum jeder sagen würde, na was sollst du noch, wenn die sich treffen? Und es hat keine Wirkung oder ein entgegengesetzter. Soweit zum Ukraine-Konflikt, Herr Plätze, wenn wir Sie schon mal da haben, ganz zum Schluss noch ein bisschen davon weggehend, ich will nicht sagen privat, aber zu Ihrem gesamten Spektrum. Sie haben sich ja aus der Politik, aus gesundheitlichen Gründen fast vollständig verabschiedet. Einen Ruhestand stellen sich die meisten Menschen jedoch anders vor. Warum engagieren Sie sich weiterhin so am breiter Front für die Gesellschaft? Ja, der eine kann sowas und der andere kann es nicht. Also Ruhe ist nicht mein Ding. Ich glaube, das würde mir auch gesundheitlich nicht bekommen. Es ist schon ein anderer Tagesablauf jetzt, wenn man als Ministerpräsident, muss man 20 Dinge gleichzeitig im Kopf haben und ist letztlich für fast alles verantwortlich. Ich habe mir ein paar Felder gesucht. Ich kümmere mich um ein paar soziale Stiftungen und arbeite dort mit, unter anderem von Regine Hildebrandt gegründet, die Stiftung Hilfe für Familien in Not. Das liegt mir lange am Herzen. Jetzt kann ich mehr Zeit verwenden. Ich bin ein bisschen zu meinen Wurzeln zurückgekehrt, bin im Stiftungsrat der Heinz-Sielmann-Stiftung, weil ich komme ja aus der Umweltbewegung letztlich. Ja, und dann kümmere ich mich um ein paar Dinge, die mir auch immer schon nahe waren. Ich bin in der Friedrich-Ebert-Stiftung für Mittelosteuropa mit zuständig. Ich bin in der Jerusalem-Stiftung aktiv und vor allen Dingen eben im Deutsch-Russischen Forum und im Petersburger Dialog. Und das sind alles Dinge, die mir am Herzen liegen und wo ich auch glaube, dass ich nach 25 Jahren Politik, hat man ja zwangsläufig einen gewissen Erfahrungsschatz angesammelt. Und den will ich da gerne und mit Freude weitergeben. Ich nehme an, Sie verfolgen das politische Geschehen, auch das innenpolitische nach wie vor aktiv. Wie sehen Sie die Arbeit von Frau Merkel, die ja doch einiges gemeinsam hat mit ihrem Lebenslauf? Also ich bin erst mal ganz froh, dass die Große Koalition, die sich ja nun mal aus dem Wahlergebnis, ohne dass jemand angestrebt hat, so ergeben hat, gut gestartet ist. Ich bin sehr froh darüber, dass die Dinge, die die Sozialdemokratie in ihrem Wahlprogramm stehen hatte, jetzt fast alle schon das Licht der Welt erblickt haben. Also ich sage mal angefangen vom Mindestlohn bis zur Rente nach 45 Arbeitsjahren. Das ist ein gutes Zeichen, das ist eine gute Handschrift. Und ich sage mal, dass Angela Merkel nun in Europa eine der anerkannten Staatsfrauen ist, das steht außer Zweifel. Und sie ist halt Brandenburgerin und deshalb schon mal per se. Qualitätsmerkmal. Ich wollte sagen, eine qualitätsvolle Frau. Im nächsten Monat haben wir Europawahl. Meinen Sie, die Menschen nehmen das, was in Brüssel geschieht, ernst genug? Wir werden es sehen. Ich befürchte so ein bisschen, dass wir einen spürbaren Rechtsruck haben werden. Wobei Rechtsruck ist noch so, also es wird mehr in populistische Dinge gehen. Es wird mehr, es ist relativ leicht, sich über Brüssel zu erregen. Manches tut ja Brüssel auch selber dazu. Aber ich finde es manchmal auch ein bisschen leichtsinnig und leichtfertig, zu viel Schuld dorthin abzuschieben. Da wird immer wieder der Krümmungsgrad der Banane erwähnt. Aber ich sage mal, dass wir am Ende doch in einem Gefüge leben, in einem Staatsgefüge, das in der Lage ist, große Krisen, siehe Griechenland, Spanien, Portugal, zu bewältigen. Das sieht ja doch so aus, als wären wir ein ganzes Stück dort vorangekommen. Und dabei Frieden zu bewahren und den Menschen doch einigermaßen, wenn das auch in Südeuropa im Moment alles sehr schwierig ist, eine einigermaßen Perspektive zu geben. Das sind Werte an sich. Und ich würde mir wünschen, dass die nicht so in den Hintergrund treten. Ich habe neulich so einen ganz zynischen Spruch gehört, an dem vielleicht trotzdem was dran ist. In einer Podiumsdiskussion sagte einer der Teilnehmer, er hat den Eindruck, der letzte Krieg lege zu lange zurück, als dass Menschen noch wüssten, welchen Wert sie mit dem Zusammenschluss der europäischen Staaten haben oder vieler europäischer Staaten. Vielleicht zeigt die Spannungssituation, in der wir jetzt sind, wieder einiges davon auf, dass wir eigentlich auf der Sonnenseite, sage ich mal, auch dadurch, dass es die EU gibt, leben. Und ich hoffe natürlich auch ein Stück auf den Effekt, dass mit Martin Schulz und Jan-Claude Juncker auch Gesichter jetzt ein Stück politische Richtung präsentieren und repräsentieren. Und dass vielleicht dieser und jener dann doch sagt, dann gehe ich mal wählen, weil mir der gefällt oder der, der nicht gefällt, muss man sehen. Das war Matthias Platzeck, ein heller Kopf aus Brandenburg, der sich für die deutsch-russische Freundschaft engagiert, seit neuestem als Vorsitzender des deutsch-russischen Forums. Herr Platzeck, ich wünsche Ihnen eine gute Gesundheit und viel Schaffenskraft bei Ihren Aufgaben. Danke Ihnen und schönen Abend. Danke. Danke. Vielen Dank.